Und dann wird es eigentlich überall ein herrlicher Tag. Intensiv auch am wärmsten mit 9 Grad, sonst sind es nicht. Jommi ist fast 18. Er hat die Therapie erfolgreich abgeschlossen. Er befindet sich in der sogenannten Verselbstständigungsphase. Also ich möchte reinkommen in der Halterung. Okay, ich mach's jetzt 2 und zieh das durch. Okay, 4, 3, 1. Und da willst du das sicher schon ausziehen. Das ist ein Wörter, in den Alpen selbst auch. Es wird schneien, kräftig schneien. Und unterhalb von 800 Meter geht der Schnee dann in Regen über. Zum Teil eben auch mit Eisklette. Es wird ein kräftiger, stürmischer Wind dazu. Und die Temperaturen minus 1 bis plus 5 Grad. Ja, der Sonntag, der wird dann an der Alpen Südseite richtet. So ist es oder nass. Lautfügel, 15 Grad. Sonst wird es ein bisschen kühler werden. Es wird wieder überall frostig. Wünsche ich schon. Ihnen einen schönen Abend. Und alles gut. Die schwedische Akademie lobt den Glossers Werk heute. Was schnittelt, was auch noch mal Sommer. So entstehen auch noch die rechte Erdeflügelchips. Und die allerbesten. Sie da drin. Waschen. Ein bisschen trinken. Spuren. Und die reinen Sonnenkummer. Sie sind richtig knusprig herausgekommen. Die 19 Grad Schicks von Gargis. Und die Sonnenküse. Oh. Und wenn der Blatt. Und die Sonnenküse. Und die Sonnenküse. Und das ist jetzt bei der Sonnenküse. Und die Sonnenküse. Vielen Dank.